Jetzt? Wusste ich gar nicht. Das sehe ich gerade im Video. Voll behindert einfach. Anstatt dass unten rechts einfach steht. Ich muss später duschen, ey. Ey, mit hier, lass mal ganz kurz los. Kein Ruins, schade. Schade? Ja, wegen Toilgar. Achso. Okay, ich habe ein Break-Bild, deswegen ist es mir so egal, aber... Bruh, du hast beides zurück? Ja, warum nicht? Recovert man dann noch schneller, oder was? Das eine ist, du machst ja den Recover schneller und dass du einem nicht aufheben kannst. Das eine ist, du kannst gegebenenfalls aufheben und kriegst ja den Endurance-Status. Also... Stimmt, ja. Eigentlich sind... Im Proven wird eigentlich gesagt, dass die Combo voll dumm ist, weil... Er hat, by the way, Tinkerer. Ja. Weil, wenn du... Wenn du Soulguard hast, dann wird nicht dieser Unbreakable-Ding... Dann wird nicht Soulguard das heilen benutzen, sondern das Unbreakable. Er hat das. Das heißt, es ist dir scheißegal, ob der Hex-Projekt macht. Ja, mach mal weiter, Emily. Wer hat an... Wer hat an... Wer hat... Oh. The killer Tinkerer, by the way. Also, du meinst, Unbreakable wird bevorzugt. Vor Soulguard. Ja, Unbreakable wird bevorzugt vor Soulguard. Auch wenn der Killer ein Hex-Totem hat. Oh, schade. Ja, also löschst du basically... Den Hex-Totem-Partner in Folge. Naja, aber immerhin hast du dann 8 Sekunden... Bauter. Ja, I guess. Ich mach grad den Gen unten. Soll ich zu dir hochhellen und dich vor dir piepeln? Soll ich zu dir kommen und dich autodiktiken? Ich hab Gedettrate, by the way. Nein! Er schlägt mich! Er weiß es! Er schlägt mich! Er weiß es! Er wartet wirklich! Okay, gut! Nein! Oh Mann! Es geht auf mich! Das ist unfair! Wieso ist er denn auf mich gegangen? Heil mich! Oh fuck, das war dumm. Das war sehr dumm. Er zeigte mich auch noch. Das ist Gamezone wegen der Perk-Combo. Er kann Unbreakable an dir, weil es ist egal. Ach, er stimmt. Ich bin fully recovered. Ich krabbel zu dir jetzt. Er kommt zu. Oh Mann! Nein, bitte heib mich auf. Okay, gut. Ich will aber nicht Unbreakable verwenden. Mann! Mach's doch aber. Ja. Nee, das ist ein Waste. Oh, oh, oh! Er lässt dich liegen. Also, Unbreakable musst du mich direkt halten. Ich wollte gerade sagen, mach das einfach mal. Komm zurück, komm zurück. Nein! Geh weg! Nein! 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 Als ob das geht! Nein! Wenn er es richtig macht, kriegt er mich trotzdem. Oh Mann! Ich wollte doch nicht dich anhucken. What the fuck? Da würdest du mich gerade verarschen? Ich wollte doch... Warum liegst du doch da drunter, Alter? Weil der Killer ihn nicht aufheben kann. Mann, da geh ich halt. Komm! Paul, bist du doch aufgehoben, oder was? Nee, er lässt dich jetzt komplett in Ruhe. Ja, dann krabbel weg, wenn man uns am Breakable, I guess. Ah, nee, erheb mich doch. What? Warum? Ach, Sorge, das stimmt. LOL, stimmt ja! Oh Gott, er denkt sich jetzt auch so, what the fuck. Toxic ist der. Der hat mich gerade in... Ich setz mich 16 an. Du bleibst den Ali an. Bleibst den. Ich wollte ja sagen, wollte ich einfach Arthur aufheben, oder so? Äh... Nein, wir können einfach am Breakable benutzen. Ja, ich komm gerade wieder zurück. Na, dann gleich einen Haken. Ey, direkt neben mir ist nämlich ein Haken, so, deswegen... Er kommt zu euch. Als ob ich nicht einen Autodip-Dict-Stack... Ja, das ist schon mal voll geil, also. Er geht auf dich. Ich halb mich voll. Och, Mann. Ich hab nicht einen Stack bekommen. Er ist wieder da, hi! Nee, er kommt nicht zu mir, wollte ich gerade sagen. Ah, schnell, Arthur, extra healen! Alter, dieses Game schon wieder, was zur Hölle? Wie geil! Ich hab gerade 400 verfolgt, du konntest Arthur singeln. Wieso will er nur mich? Okay, was machen wir jetzt? Verzählen, Ali, verzählen. Verzählen, verzählen, verzählen. Verzählen, verzählen, verzählen. Ich bleibst dich nicht heilen, ich hab einen Bronfen. Achso. Hält dich. Mann! Geht doch, ey! Kann's Arthur heilen, ey! Ja, Arthur ist in die Münze. Er geht auf euch, er geht auf euch, er geht auf euch. Oh mein Gott, ich verhält's bei dem Jam. Och, Mann. Ey, verpiss dich! Was soll das? Warum leist du bitte? Ich verarsche... Ich bin, wir sind beide einfach nur weggerade, er wusste doch, wo wir sind. Haaaah! Dieses Game ist mir wieder so dumm. Nein, 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 nein! Achso, der ist da, okay. Das Ding ist, wir haben halt, dass beide Unbreakable ist jetzt schon gewastet, so. Ja, wow. Er jagt dich weiter. Oh, er verwerbe mich ja immer noch, sorry, Arthur. Ey, Leute, ich hab nen Purple Key, by the way. Du wirst gleich, dass er mich noch... Komm zu mir, komm zu mir, Pjörn! Pjörn! Wo bist du denn? Hä, was ist nicht verarschen? Ja, ich bin am Gen... Wo soll ich dich denn sehen? Hey, ich lieg aufm Boden. Ach, da, ah lol! Oh! Jetzt häng ich das erste Mal. Oh, boah, der hängt ja auch. Der, ich heil, äh, leh. Warte, kann ich mit? Ich warte! Du sollgert, okay? Ja, los, warte, warte, warte! Oh mein Gott, der fühlt sich aus auf den Arsch! Äh, Atom, mach so einen Flug von du! Weil ich kann. Wir retten. Okay. Aber wie gesagt, ich hab nen Purple Key. Er rett noch mal mit dir, ja. Ne, doch nicht! Ich hab nur einen Purple Key, wie gesagt. Oh Gott, ich heil dich direkt. Dann lass dich sterben, du! Dann lass dich sterben, du! Oh, nee! Er geht auf mich! Er müsste jetzt gleich erst Tinkra bekommen, wenn er Tinkra dabei hat. Oh, Fastball, get fucked! Na, was geht? Keine Ahnung. Es ist so ein Troll grad am Anfang gewesen. Das war so funny. Oh, okay, du hast losgelassen. Ich wollte eigentlich den Zen machen, aber okay. Ich wusste nicht, deswegen hab ich losgelassen. Oh, Moment, ich krieg einfach keinen Auto-Dain-Ex-Stack. Oh, Moment, ich krieg einfach keinen Auto-Dain-Ex-Stack. Ernsthaft? Warum krieg ich denn keinen Skill-Check? Jetzt, danke. Nein! Nein, nein! Ja, noch einen! Fuck off! Komm, noch einen, noch einen! Der jagt immer noch Asien, oder? Der jagt immer noch Asien, oder? Der jagt immer noch Asien, oder? Der jagt immer noch Asien. Lea. Please! So, ich geh mal weg vom Zen, nicht dass ich ihn gerade aktiviere. Ist der Killer hier? Nein, der ist woanders. Der ist woanders. Ah, klar, der Killer-Check halt offensichtlich dann. Ich hab den Zen unten, in der Mitte des Tempels, seit Anfang der Runde auf drei Viertel gehabt, und hab die ganze Zeit den nicht weitergemacht, weil ich Leute vorgekippen wollte. Okay. Hätt ich ihn durchgezogen, hätten wir jetzt alles hin. Hast du immer noch die Challenge mit euch durch die Luke Escape 9, oder? Doch. Ich hab ein Key, nehm ich, deswegen frage ich. Ja, das wäre natürlich geil. Er ist oben, glaub ich, rausgelaufen mittlerweile. Ja, er verfolgt mich jetzt wieder. Ich geh zu Alias. Ich kann mal sagen, ich kann einfach runtergehen in den Zen machen, ich jetzt, oder? Nebenbei. Ja. Ich glaub nicht, dass er den gekickt hat, aber vielleicht doch. Doch, er hat ihn gepoppt sogar. Oh. Kann ich bitte alleine heilen gegen Autodidex? Ja, dann, warum, ja, okay. Okay. Nee, ich glaube, wenn der Killer kommt, dann auf jeden Fall. Zieht nen Zen durch, zieht nen Zen durch. Zieht nen Zen durch. Ich bin ja auch gleich, aber wenn ich. Ähm, ich weiß nicht, okay, das haben wir doch, oder? Wenn du nen Stack bekommen würdest, wär's gerne. Äh, ich wollte sagen, ich glaub grad außen rum, also behalte euch mal da hinten. Ich hab denn überhaupt nen Skatecheck bekommen, ich hab ja nichts gemerkt. Ja, einen hab ich bekommen. Ah, 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 ah. Mann, bin ich jetzt, bin ich jetzt Vater? Oh, nein, ich bin reingelaufen, ich idiot. Warte, ich komm zu dir, ich halte dich direkt hin. Ja, der hier wird gepoppt macht, ne anderen Zen. Der unten ist Spacey. Boah, ich sagte, dass du ihn schon rettest. Warte, glaub ich auch. Hast du mich nicht gesehen? Wups. Oh, wieso krieg ich denn ewig in Speedchicks? Oh, mein Gott, ey. Das ist ein scheiß Böööö. Also wie gesagt, macht mal nen anderen Fan. Ich seh schon nen anderen, ich will dich aber retten. Ja, wenn wir Glück haben, spawnen hier unten die Luke. Und keep the easy escape. Kann sie unten... Ja, kann sie. Er kommt ungefähr in eure Richtung. Hab's dir eigentlich schon Totems gemacht? Er ist immer noch in der Mitte, oder? Er ist immer noch in diesem Gebäude dran, in der Mitte. Er hat mich gesehen! Hau! Ist denn hier noch nen Gen? Ich war mal Totem. Er ist nicht in eure Richtung gegangen und ist dann nur wieder zurückgegangen. Ich wollte erst sagen, einer von dich beiden muss trotzdem, dass der Hoch-Ehrlauf-Aliens folgt wird, so. Achso, Arto, bist du schon da? Ich glaube, er ist am nächsten Mal. Du gerade machst das Tote, oder? Ja. Ja, dann ist er schneller. Ich wollte dann vorbei, jetzt springen. Ich bin dead übrigens, er wird mir jetzt Final Judgment machen. Nein, au! Okay, dann schau ich mal direkt mal, ob hier unten die Luke gespawnt ist. Ist sie nicht, schade. Oh, ein Problem ist jetzt, wenn jetzt wir kommen, bin ich dead. Oh, ich hab 31.000 Blutpunkte. What? Achso, nee, ich hatte nen Kuchen deswegen. Ich dachte gerade, what the fuck? Ich dachte, ich hätte ein Perfect Game gehabt, aber ne. Er ist hinter dir, nein, oder? Ne. Der ist vor mir. Doch, er ist vor dir. Bro, ich suche grad die Hedge. Oh, du bist dead. Soll ich dich mal heilen? Ich kann dich schnell heilen. Ich bin grad auch unten im Basement. Ich weiß, dass er das ist. Doch, dead or knock, weil dann wird er dich jetzt oben hochgehen. Ich will auch dead knock, ja. Ja, wieso? Ach, der Barbecue, der Wichser. Der will euch finden. Der will ihn nicht Final Judgment machen. Dann heil ich dich halt nicht, okay? Ja, ich wollte erst mal raus da, weil da unten ist halt gefährlich, wenn es nicht offen ist. Komm schon, ein Stack. Komm schon, komm schon, komm schon. Das wird jetzt das Game Carrying, der Stack. Junge, er hat, sie hat einfach, sie kriegt nie Skill Shacks. So geht doch. Oh mein Gott. Ich singe noch gar nicht, by the way. Da hast'n Ausgang. Ja, wär halt sexy. Ich guck nicht selber. Also bei der Killer Check in der Nähe hab ich mich überall schon umgeguckt. Da hast'n nichts. Äh. Fuck. Ich muss gerade drücken, dass der Ausgang ist. Wird er dich cagen? Nee, ne. Das wäre eigentlich so gut, wenn er dich cagen würde. Ja, das ist hier aber liegen. Ich hab' immer noch vollgekommen. Ich hab' immer noch vollgekommen. Ja, aber wenn du vollgekommen bist, können wir dich easy. Kann man dich easy heilen. Okay, vielleicht brauch ich gar nicht hinlaufen. Da war ja was. Ähm. Ich hab' schnelle Spuren gesehen. Emily ist vollgekommen. Ich hab' mal die Dufe weiter. Ich hab' dann guckt jetzt mal nicht nach links. Ich hab' nach Ausrede. mir ist dann aus der reingefallen dafür dass ich mich schnellstmöglich den druck neben hier ist eine palette hier wo ich hin gucke es ist eine palette halbisch hin hoch ich schenke kitz äh schätze nein er weiß es du hättest hinter björn laufen sollen und nicht einfach in den killer rein true tja da war mein gehirn wieder also konntest du nichts machen nein ich bin dumm also ok jetzt lässt du mich auch liegen oh das kann unbreakable ja jetzt hätte ich gerne unbreakable muss ich sagen will ich hier nie finden ja ich bin durch so ein ding gelaufen er hat mich gehört oh mein gott guck mal er weiß aber nie in welchem schrank ich bin er wird mich nie finden alle fünf öffnen nein er geht gar nicht hier hin er geht überhaupt gar nicht hin oh mann zoome die hatch einfach im boden oder abwohlen erstmal recovern würde ich sagen ich bin schon voll ok und mori ist du mich oder hebst du mich auf hi hier ist du mori kann er dich nicht du warst nicht im cage ich weiß ich habe die luke gefunden auf dem berg genau da wo björn ist ist da ein berg und da ist die luke ist der killer bei dir? ja ich hätte so gerne ein breakable gerade ja der killer überlegt glaube ich was er gerade tun soll soll ich ihn jetzt aufheben? also auf dem berg drauf ja ja ich ihn aufheben ich meine er wird verbluten ja in der theorie auch hat er gesagt deswegen ja aber ich muss es jetzt nur hinschaffen ohne dass er mich hättet ja wär schon cool wenn du safe gehättest ne emily? ich hätte ja medikit mit ist er leer? ja er weiß dass die luke da oben ist by the way ja versuch mal ja jetzt hilft er nicht auf ja weil er weiß dass die luke da ist ich wollte sagen ich hab nen key also ok ja einfach zu ja genau einfach warten wenn er von der luke weg geht er wird die zwei ausgangstoren patrouillieren dann einfach den key von björn nehmen und er scannen easy peasy sollen du dich jetzt nicht finden lassen ja bitte emily weißt du überhaupt wo die ausgangstoren sind dann kann ja sein dass du dich direkt vor einem versteck und dann musst du einfach dill einer ist quasi basically zwischen emily steht basically zwischen einem er macht sich zu er macht sich zu warte einfach ja ich krieg gleich Rahmen ja dann geh weiter weg und versteck dich i guess ich glaub hier vorne direkt bei der wand ist doch ne luke äh ne schrank meine ich ja der linksten ausgang bei der way aufpassen oh das ist direkt ne ausgangstoren ja die sind beide an der gleichen wand wo ich noch gesagt habe ähm ähm er macht nicht zu denkst du er weiß dass er den schlüssel hat denkst du er hat zu gehen ja deswegen hat er ja gewartet eigentlich hast du da ne ich warte auch manchmal bei der luke weil ich sie erst ließen will wenn ich weiß wo das survival ist ich versuche jetzt einfach sneak zu sein du kannst dir zeit lassen aber ich will eigentlich durchrennen ich sag mal so wenn er keinen know it hat ist es jetzt so egal normalerseits easy escapin ich versuche es auf den ein bisschen sneaky zu machen ich will einfach durchlaufen erst bei den ausgang also wirst du sneaky machen ja jetzt kannst du einfach nehmen und schnell weg ok warum wirst du unbedingt den 4k haben ey so ein sch- der war schuld scheiß gehör oder huren so nicht hatte blatt